Da liegen ja auch noch ein paar. Robots ist noch draußen. Ja, da kann er eh die Tür wieder aufmachen. Ei, noch einer. Oh Gott, es hat ihn erwischt. Hab dich nicht so... Hier ist Verbandsmaterial. Medizinisches Gerät. Da ist ein Schädelröntgen. Nichts drin im Schädel. Aber Löcher in der Lunge vom vielen Rauchen. Ei! Da sieht man, Kinder, nicht rauchen, sonst sieht ihr so aus. Das ist kein schöner Anblick. Oh! Oh, ich habe gedacht... Oh, scheiße! Er ist auf mich los. Auch nicht, dass Alien hat ihn erwischt, aber nein. So, da. Sackgasse und... Nichts weiter. Ich brauche eigentlich kaum was, außer... Erkennungsmarken und Audiologs, natürlich. Das wäre ein idealer Einsatz für meine Gewehrgranate eigentlich. Die stehen so schön beisammen. Oh, das Alien hat überlebt. Fuck! Jetzt haben wir sie auf uns aufmerksam gemacht. Ein bisschen haushalten. Nein, nicht von beiden Seiten. Ja, ja, wir tun unser Bestes. Es hat angezeigt, drei von drei. Also, verstehe ich nicht ganz. Schießt ihr auf mich? Oder auch... Ne, du schießt nicht auf Aliens. Was? Was? Du schießt auf alles, nur nicht auf Aliens. Super, wir hatten das programmiert. Gearbox. Der Turret wurde, glaube ich, von Gearbox-Software programmiert. Ne, das war gemein, ich weiß. War nicht so gemeint. Gearbox hat dieses schöne Spiel programmiert, also ganz nicht so. So, das muss ich leider abschalten, obwohl ich es gern umprogrammiert hätte natürlich. Aber das geht nicht. Weil dann wäre es zu einfach. Darauf. Ah, schau mal. Vielleicht könnte man da rauf hüpfen. Von da. Aber ich glaube, das steht unter Strom. Probier's mal von da. Da geht's eh auch. Ja, hier wäre eine Rüstung. Ah, super. Aber keine Erkennungsmarke. Hätte ja sein können. Ich muss das alles checken. Schnecken checken. Hüften lüften. Hat jemand seinen Werkzeugkasten vergessen? Und seinen Bob, den Baumeisterhelm, verloren? Diese Fässer gehen nicht leicht hoch. Scheiße. Schießt ideal. In einen Kopfschuss. Ui. Der ist auseinandergefallen. Wie ein Puzzleteil. Wenn man die Schachtel umleert. Ausleert. Er schreit sogar. Heavy. Wieso schießt der eigentlich da rüber? Wenn der jetzt da reingeschossen hätte mit seiner Granate? Huh. Hier ist Raider 6-8. Bereit für den Kampf. Hier ist Raider 6-5. Ihr Schuss schmückt. Raider 6-8. Raider 6-5. Wie viel gibt's denn? Jetzt wäre halt eine RPG gut. Ah, ich sehe eine da. Komm schon. Erst noch Aliens. Ah. Was haben wir denn da? Frostflammenwerfer. Aha. Muss ich aber gleich wieder wegschmeißen. Sorry. Sorry, Frost. Tut mir leid. Ich will nicht respektlos sein. Aber ich will sie nur. Der Himmel voller Geigen. Mehr oder weniger. Sehen wir uns? Wieso gehen wir nicht gemeinsam? Gemeinsam sind wir stark. Wo? Ah, da sind wir zu Hause. Ey! Oho. Das sieht aus wie ein Haus. Auf mit Flügel. Kein Marine bleibt zurück. Kein Marine bleibt zurück. Seht nach. Verstanden, Nature. Genau. Kein Marine bleibt zurück. Also geht ihr vor. Weg da. Sonst springe ich auf den Schädel, wie ich gehabt. Mhm. Oh. Keine ruhige Minute. Jetzt haben wir gerade einen Mörderkampf hinter uns. Und schon wieder. Gönnt uns doch ein bisschen Verschnaufpause. Wo sind wir denn jetzt wieder? Und da, da. Immer schön am Boden bleiben. Ihr verliert sonst die Bodenhaftung. Nicht übermütig werden, Aliens. Das mag der Onkel Clarence nicht. Weil er wird ja zornig. Lässt dich platzen wie eine überreife Tomate. Gratuliere. Du hast ein Alien gekillt. Jetzt kriegst du einen Luftballon. Oder willst du lieber einen Lutscher? Ne, einen Lutscher kriegst du nicht. Den hebe ich mal für die Bälle auf. Oh. Scheiße, der hat mich angeknabbert. Das war eigentlich nicht nötig. Das war unvorsichtig. Ich bin ja ein bisschen überheblich geworden. Ja, ja. Wenn man wenn man über die Aliens scherzt, dann wirst du ausgemerzt. Von selbigen. Da rüber komme ich nicht. Da unten sehe ich nichts. Da hinten faucht es und zischt es. Das heißt, wir gehen schnell da rein. Oh! Habe ich mich verbrannt oder was? So habe ich keinen Asbest anzugern. Wie die. Den Flammenwerfer vom Frost. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Frost hätten sie ja lieber einen Eisstrahler geben sollen. Einen Flammenwerfer. Aber das macht es natürlich legendär. Wer schießt da? Ist da noch jemand? Ist das nur du? Wow. Ne, da unten ist noch die Roos. Roots. Ups. Wie viel müssen wir? Bis die Roos gerettet ist? Ich glaube, die kommen ewig. Schau da oben, ja. Das heißt, ich gehe jetzt runter. Das hilft eh nichts. Sonst kommen sie ewig. Und das wiederum wollen wir nicht. Dass sie ewig kommen. Dann kommen sie nämlich ewig und drei Tage. Oh, scheiße. Ich glaube, ich brauche bald meine einen Unterlauf. Unterleibgeschütz. Der Ex? Wo ist er? Der hieß doch vorher Ruiz. Ah, da. Oh, scheiße. Was jetzt? Überleben sie die Königin? Wie geht das? Überlebt man eine Königin? So alt werde ich nicht. Oh Gott, die kommt zu mir? Wieso? Oh, scheiße. Nein. Böse Königin. Ich glaube, das bringt nichts, hm? Was muss ich machen jetzt genau? Nur überleben. Nur die Starken überleben. Naja, ich gehe einfach da vorne zurück. Das ist nicht so leicht, äh, so schwierig, weil... Ja, vielleicht werde ich es ein bisschen abwechseln und da mal da reingehen. Arme Königin. Irgendwie tut sie mir auch leid. Oh. Ich gehe mal da in Deckung, weil dieser Container... Oh. Deine Kinder. Die Untertanen. Das Blöde ist, ja. Oh. Alle... Alle Marines zu den Colonial-Kübeln. Genau. Aber zuerst noch Rüstung. Hehe. Oh, Neil. Oh, Higgs. Oh, Winter. Da war sicher eine Erkennungsmarke in irgendeinem da. Dinger. Container. Die Container waren wirklich sehr gutes Material. Haben alles ausgehalten. Beschuss von oben. Die Alien Queen. Säure. Alles. Oh. Uiuiui. Genau vor meinen Lauf gehüpft. Einen kleinen Blick darf man ja riskieren. What happens in the garage stays in the garage. Was? Haha. Was ist witzig? Was ist witzig? Was in der Garage passiert, bleibt in der Garage. Scheiße. Ich hätte, glaube ich, schneller... Oh. Ich stecke fest. Verdammt. Na ja, so kann man es auch sagen. Geh weg, du. Habe ich keine Rüstung mehr. Wegen dem Ausflug hier. Das ist ein blöder Ort. Boah, die... Boah, schau wie die rin und her zischen. Oh, da bin ich hin auch. Naja, das war ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe den Ernst der Sache missen lassen. Jetzt werde ich schauen, was passiert, wenn ich gleich weiter laufe. Ich glaube, es wäre sowieso nicht gegangen. Ein Flammenwerfer wäre jetzt vielleicht doch ganz geschickt gewesen. Aber ich kann ihn nicht mittragen. Wo bin ich denn jetzt? Ha? Habe ich jetzt... Haben wir das jetzt übersprungen? Ja, paar. Eiges Alien. Spock Alien. Wow, die Spocken. See wie Leder. Hart wie Kruppstahl. Da hinten ist er zu eins. Weil er da rüberschießt. Ja. Wow. Wiesel Flink. Man, die hätten nicht Aliens werden sollen, sondern Wiesel. Da ist Rüstung. Ja, bitte. Danke. Wow, was hat der? Wie ein Geschütz. Das haben sie mir schon wieder einmal geholfen. Das erste Mal war beim Zuschweißen von dem Abschnitt, wo man stealthmäßig unterwegs sein musste. Und jetzt hier beschwere ich mich nicht. Oh! Oh, wie praktisch. ich könnte natürlich mit dem mit dem Untergeschütz einfach reinhalten. Aber irgendwie irgendwas in mir irgendetwas widerstrebt mir da einfach in meine Kameraden zu schießen. Das bringe ich nicht übers Herz. Auch wenn sie unsterblich sind. Gott. Los, los, los! Das ist meine Wiesel. Ich steige auf! Es steigt auf. Aufgefahren in den Himmel. Soll ich auf die auch schießen? Nee. Wow! 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 Weißt du noch Töne? Speedy ganz alles ist ein Dreck dagegen. So, ich glaube wir können uns dem ÖLG widmen. Noch nicht? Na, da ist noch irgendetwas steht noch zwischen uns und dem ÖLG. Vielleicht das ÖLG. Wirst du? Was war? Mann, Scheiß. Jetzt habe ich die ganzen Granaten verschwendet. Für nichts. Ja, geht's noch ein bisschen rompeliger? Das geht super, ja. Mann. Kann ich zielen. Hast du gesehen, wie es rumpelt? Das war realistisch eigentlich, ja. So. Jetzt müssen wir wieder irgendwas verteidigen. Nee, nicht mal. Wir können gleich losfliegen. Ich dachte, ich muss noch irgendwelche Treibstoffstutzen ansaugen oder nachdanken. Was ist denn das für ein Schweine-Stecker? Sieht aus wie deine Schweinsnase. Oh. Wir schaffen uns unser eigenes Dock zum Andocken. abgeschlossen. Da kriege ich sogar die Trommeln. Brav. Habe ich nicht brav geschossen? 66 habe ich Töd und 29 Hilf. Weiter geht's. Das wooß. Untertitelung des ZDF, 2020